Hallo, hier ist der Kaiser von Hannover und ich spreche ein bisschen leiser, denn wir sind heute im Stadtradio Göttingen und da ist der Mannoman da, der Mannoman, wir sehen ihn hier bei der Arbeit, der Mannoman. Mit seiner Kollegin Tatjana. Und jetzt gehen wir mal ganz kurz rein, jetzt gehen wir ganz kurz rein zum Mannoman, Kaiser, der Thorsten. Ja, es ist mir eine Ehre, bei dem Kaiser, bei dem Kaiser von Hannover mal auf dem Full-HD-Gerät zu sein. Toll, herzlich willkommen. Ja, danke schön. Wo befinden wir uns denn gerade, ganz genau? Wir oder ihr befinden euch gerade bei der Sendung im Mannoman, hier im Stadtradio Göttingen auf der 107,1 oder www.mannomanradio.de und wir sind hier gerade mitten in der Sendung und wir haben es 19 Uhr und gleich 36 Minuten und ich muss jetzt auch gleich etwas sagen, wir haben noch eine Minute, und die wünsche euch viel Spaß, gute Unterhaltung und ich bin gleich heute noch zu Gast bei Cosmic Radio mit dem Kaiser von Hannover. Ich bin so, wenn man geklappt hat, da ist er, der Mannoman Thorsten, wunderbar. Also, jetzt müssen wir leise sein, jetzt geht's los, ganz schnell noch. Herr Kaiser, Sie brauchen bei mir in der Sendung nicht leise sein. Brauchen wir nicht. Nein, doch, heute, jetzt schon. Wer ist deine Assistentin? Das ist die Frau Tatjana Gill aus Stuttgart, extra, immer hier in Göttingen, zur Mannoman-Sendung. Eigentlich unbezahlbar, aber ich konnte es mir gerade so leisten. Wunderbar, und jetzt geht's gleich los, live auf Sendung? Ja, live auf Sendung, gleich geht's los. Wir haben noch knapp eine Minute. Eine Minute noch, live, vor der Sendung, in der Sendung, und wir stellen das natürlich wieder ins Internet. Eben, es gab's Karten zu gewinnen. Wozu? Wofür? Kino. Das war fürs Kino. Und davor haben wir noch eine CD verloren. Von R.E.M., eine Doppelkarte. Wunderbar. Dann viel Spaß. Wir gucken euch einfach ein bisschen zu. Ja, natürlich. Ihr Herzen Willkommen. Super.